Blumenzwiebeln Die ersten lang ersehnten Frühlingsboten haben schon fast etwas Magisches. Die Zwiebel- und Knollengewächse bringen früh die ersten Farben in unsere Gärten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind fast grenzenlos. In Gärten, auf Terrassen, einzeln, in Gruppen, als Unterpflanzung oder verwildert unter Bäumen und Sträuchern. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Frühling ohne Zwiebelgewächse nicht vorstellbar. Der optimale Zeitpunkt für die Pflanzung ist im frühen Herbst, September und Oktober. Je früher, desto besser. Dies, weil die Zwiebeln und Knollen Zeit brauchen, um noch vor dem Winter ihre Wurzeln zu bilden und anzuwachsen. Nur so können sie im Frühjahr kräftig austreiben. Die Zwiebeln können systematisch angeordnet werden, zum Beispiel nach Farben oder Höhe der späteren Blume. Oder sie werden ganz einfach kunterbunt durcheinandergeworfen. Für die Pflanztiefe gilt bei den Zwiebeln und Knollen die Faustregel, dass sie um das Doppelte ihrer Höhe mit Erde bedeckt sein sollten. Pflanzen Sie Ihre Zwiebeln zwischen sommerblühende Stauden. Zum einen haben Sie bis zur Blüte der Stauden schon Farben im Garten, zum anderen decken die Stauden im Wachstum die späteren, welken Blätter der Frühjahrsblüher zu. Achten Sie auf einen ausreichenden Pflanzabstand. Im Gartenzenter erhalten Sie Hilfsmittel, die Ihnen die Pflanzung erleichtern. Auch wenn Sie keinen Garten haben, müssen Sie nicht auf diese herrlichen Frühlingsboten verzichten. Blumenzwiebeln können auch in Gefäße gepflanzt werden. Achten Sie aber unbedingt auf einen guten Wasserabfluss. Nicht-winterharte Knollengewächse, wie zum Beispiel Dalien und Gladiolen, müssen nach dem ersten leichten Frost ausgegraben und drinnen überwintert werden. Schneiden Sie das Verblüte auf ca. zwei Handbreit zurück. Damit Sie im nächsten Jahr noch wissen, welche Pflanze welche Farbe hat, schreiben Sie diese am besten an. Betten Sie die Knollen in ein Gefäß, welches mit einer gut durchlässigen Erde oder Torfersatz gefüllt ist. Die optimale Raumtemperatur für die Überwinterung liegt zwischen 5 und 8 Grad Celsius. Unser Tipp, markieren Sie die Pflanzstelle Ihrer winterharten Blumenzwiebeln, wie zum Beispiel Tulpen, Narzissen oder Krokus. Auf diese Weise vermeiden Sie, diese beim Jäten zu verletzen.